Du suchst eine vertrauenswürdige Webseite für günstige Game Keys und Spiele? Dann schaue jetzt in die Videobeschreibung, dort findest du meinen Partner G2A, den direkten Link. Und nun würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich grüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen Rocket League Video. Hier auf meinem Kanal in dem heutigen Video teste ich den neuen Halloween Modus, den wir erhalten haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn ein neuer Modus ist ganz lustig. Und ja, das war halt eben meine allererste Runde in dem Modus, deshalb ist es sowieso ganz lustig anzuschauen. Im Anhang habe ich dann eben noch eine zweite Runde gespielt, ganz normal 2v2 Ranked. Da habe ich mich wieder über meine Mates aufgeregt, beziehungsweise über meinen Mate. War auf jeden Fall auch ganz lustig, also es lohnt sich auf jeden Fall heute in diesem Video dran zu bleiben. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß, lass jetzt ein Like da, kostenlos Abo und let's go. Den will ich spielen, Alter. Wir spielen jetzt den neuen Modus, Alter. Wir spielen den neuen Modus. Ich bin richtig gespannt jetzt. Zwanglos, Hunted Heatseeker, keine Ahnung, was auch immer das für ein Modus ist. Wir werden ihn jetzt ausprobieren. Ich habe ihn noch nie gespielt und der sieht schon mal krass aus, Digga. Oha, lol. What the fuck? What? Alter, was ist das für ein Modus? Ey, ich kann den Ball noch... Lol. Hä? Ähm. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mich drehe, dann geht der Ball irgendwie anders. Da spielt... Du spielst dann nur Torwart eigentlich, okay. Hä? Kann das sein, dass der... Der Ball sich irgendwie so... Lol, hä? Wieso bewegt er sich so komisch? Ich verstehe den Modus nicht. Erklärt mir mal bitte. Guck, egal wo ich... Wenn ich da hinguck... Guck, guckt es euch an! Oder geht der Ball immer aufs Tor? Ich glaube, der Ball geht immer aufs Tor. Feuerschamp Free, was geht aber? Der Ball geht auch so aufs Tor, dass er automatisch die Gegner ausspielt irgendwie. Beziehungsweise nicht. Ich glaube, der geht immer mittig aufs Tor. Kann das sein, dass der Ball immer mittig aufs Tor geht? So, genau. Jetzt kommt er automatisch aufs Tor. Tatsächlich. Crazy. Alter. Das ist ja mal ein absolut... Crazier Modus, alter. Lol. Er hat sich den Modus ausgedacht. Man ist halt wirklich nur Keeper. Oha. Digger. Lul, alter. Was ist das für ein Modus? Digger. Das ist wie wild, alter. Wirklich komplett wild. Komplett wild. Tja, sind sie lost? Hey, geh weg. Hey, kann ich nicht eigentlich hier? Ne. Ich finde ihn aber irgendwie interessant, den Modus. Boah. Lol, alter. Wir gewinnen das easy. Okay, danach machen wir auf jeden Fall wieder Ranked, Leute. Danach machen wir wieder Ranked. Das ist ja... Also, ja, ist halt ein bisschen langweilig, der Modus. Weil halt immer nur Keeper ist, ne? Weiß nicht. Schreibt mal eure Meinung rein. Ähm... Rainbow... Welches Rank bist du denn? Oh, der könnte gut sein. Der könnte sehr gut sein. Schmackhaftes Ding, sage ich euch. So wie es ist. So wie es ist. Okay, da verlässt auch jetzt schon jemand. Moin, Kleckfleck. Was geht ab? Ja, okay, unhaltbar, alter. Unhaltbar, der Ball. No chance. Das ist halt... Okay, ich kann schießen. Wenn ich den nochmal gekriegt hätte. Das ist ja komplett krank. Oh mein Gott. Wenn man den erwischt, direkt. Das ist krass. Okay, man kann halt im Mittelfeld aber nicht so viel machen. Man muss den Ball nur berühren. Ah, Digga. Der Ball ist so schnell. Wir kommen wahrscheinlich nochmal zurück. Oh, der könnte gut sein. Oh. Okay, nice. Wir haben gewonnen, Leute. Ist ein ganz cooler Modus. Ist aber halt einfach nicht meins. Und genau deshalb spielen wir jetzt nochmal eine knackige, normale Runde ranked. Ranked, Duo. Ja. Mit schwarzer T spielen wir jetzt im Team. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt irgendwie so... Weiß ich nicht. Das fühlt sich jetzt so anders an. Digga. Das fühlt sich so komplett anders an. Oh, schade. Ja, Niklas, Digga. Du... Ich beende hier bald schon wieder den Stream, Digga. Und du schreibst jetzt. Du kannst gleich. So. Das ist viel zu spät. Na ja, okay. Das ist voll RIP, Alter. Aber eher verkackt auch. Hoch damit. Ich bin einfach viel zu spät. Na, schade. Oh. Nein, ich berühre den Ball nicht. War auch ein blöder Winkel, aber... Hätte ich wenigstens berühren können. Ey, ich kann... Also, na ja. Moin, Saski live. Was geht? Komm, komm, komm. Er weiß nicht, was er machen soll. Ja, Mann, Alter. Let's go. Können wir eine Runde an Ranked tryen? Boah, ich will eigentlich Ranked zocken. Ich will wieder ein bisschen Richtung Champion langsamer kommen. Und bis ich dich geedit habe und so, das dauert wieder Ewigkeiten. Das ist immer ein bisschen nervig. Du kannst lieber bei einem Turnier oder so mitmachen. Aber ich will erstmal wieder auf Champion kommen. Das kann doch nicht sein. Pfff. Pff. lol ey wenn ich eins nicht kann dann ist es von der Wand wegfliegen tschüss schade der ist weg ähm dankeschön sehr sehr nice muss ich sagen sehr sehr nice es läuft ja es läuft sehr bescheiden würde ich mal so sagen moin meine chicken nuggets Sandmann es läuft jetzt noch nicht so krass ich weiß nicht ob es Glück war dass der reinging oder ob er den einfach in die Mitte spielen wollte schwierig Digger ich grüße Samir Samir sei gegrüßt das war halt lost du 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 yes risky das wird safe das 2 zu 2 lags an mir Leute lasst nochmal bitte ein like da wäre übel nice wenn jeder nochmal ein like da lässt shit ja bro Digga mate du kannst dich doch da nicht so krass ausspielen lassen ey mach ich jetzt bitte welchen Rang hast du Diamond 3 aber wenn also das Ding ist halt ich spiele halt immer mit Random Mates gerade und ich kriege so schlechte Random Mates die sind so schlecht es ist echt nicht mehr normal die können einfach Digga die können einfach nicht richtig spielen weiß ich nicht ist einfach so hm 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 ja guck sag ich ja uah schade aah also ich sehe schon es wird so sein wir werden diese Runde verlieren aufgrund meines Mates Stil mir hat den Ball Digga Stil mir den Ball oder na war halt schwer ja Random Mates Digga sind ganz nervig ganz ganz nervig was geht Jona oh schade so jetzt macht den mal rein jetzt ja okay er macht irgendeinen Backflip oder so Digga ist kein voll in die Hose gehen aber schwarzer Tee ich muss ihn nur wegspielen ja Digga wahrscheinlich berührst du ihn noch ja ja Random Mates Digga da kann man sich halt nie drauf verlassen so finde ich guckt euch das an ah ok ich wollte ihn irgendwie in die Mitte flippen nein Digga da wäre so safe easy reingegangen in drei Stunden erneuert sich der Shop nice Digga der geht auch er sieht so ich stehe da er geht einfach drauf Digga er geht einfach drauf er geht einfach drauf er denkt sich nur so immer ran da immer ran da ja Mate Digga also guckt guckt es euch an Digga er baut einfach scheiße warum Digga guckt euch warum habe ich die Runde verloren wegen meinem Mate guckt es euch an guckt es euch an